Wenn wir ab! Leute wir sind gerade auf dem Weg zu Finn. Insel Jump World in Ulm. Und neben mir ist so ein volles herzliche Kind. Ja, das bin ich! Es regnet leider ein bisschen, aber juckt ja nicht. Ich will im Ruhm, muss man stehen oder? So siehts aus. Das ist ja kein nüchtern! Ich finde, es ist ja auch ein bisschen. Om sie sich in den Schnee zu schauen wird. Das ist das Geheimnis! Nächster Junge! Hi Finn, na und wie geht's dir so? Tut es dir weh? Kannst du nicht mehr springen? Komm! Wie geht's dir? Komm! Ich hab' mich immer noch so wie du! Tut es weh? Tut es weh? Tut es weh? Ich hab' mich nicht mehr springt, oder? Ja, okay! Finn, rein mal bitte für die Kamera! Ich brauch' die Kicks! Das ist doch traurig, oder? Das ist doch traurig, oder? Komm, das ist doch traurig! Du musst doch weinen! Das ist doch traurig! Jörg, ganz ruhig, Alter! Besser Leben, Alter! Kannst du dir, Alter? Was? 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 Oh, wow! Oh, wow! Es gibt alles! was? ICH! Es ist nur Liebe! Was? Hey!